Nach dem eher peinlichen Auftritt in der letzten Folge, wo ich in der dritten Kampagnen-Mission gegen die Orks verloren habe, in der Prolog-Mission, dachte ich mir, ich gucke mir einfach nochmal den Multiplayer an. Also ich habe ihn mir schon angeguckt. Und ja, wollte noch ein bisschen was davon zeigen. Man kann auch hier gegen die KI spielen. Ich würde aber einfach ein Multiplayer-Match aufnehmen, wenn ich jetzt eins finde. Das ging bisher eigentlich immer recht fix. Hier sieht man nochmal die vier Parteien und die jeweiligen Stärken und Schwächen. Ich habe mich für das Imperium entschieden, also die Imperial Navy. Es kommen auf jeden Fall noch die Space Marines dazu, in den ersten zwei, drei Monaten nach Release wohl. Und ja, die Imperial Navy hat halt die Nova Cannon als Bonus. Das ist eine ziemlich starke Waffe, haben eine ziemlich starke Panzerung an der Front von ihren Schiffen. Und viele Schiffe, von denen können eben Tapetes benutzen. Aber das bringt, dass sie nicht so effektiv auf lange Entfernung sind und die Schiffe sind relativ langsam. Der Rest erkläre ich jetzt erstmal nicht. Also kann sich natürlich jeder durchlesen. Aber ich habe hier schon auf Level 2 gespielt. Ich habe zwei Partien bisher gespielt, beide gewonnen. Eine Partie ist mir gecrasht. Ja, Beta halt. So, hier ist einmal eine Übersicht über meine Flotte momentan. Ich habe einen normalen Cruiser. Die The Redeemer of Light. Und die hat folgende Bewaffnung. Die hat vier Makro-Batterien. Und hat eine Nova Cannon vorne dran. Die kann extrem weit schießen. Hat aber eine Mindestreichweite, die sie schießen muss. Und kann auch nur 90 Grad Winkel schießen. Und vor allen Dingen, sie kann auch ihr Ziel verfehlen. Also kann, ja, quasi abweichen von ihrem Ziel-Target, was ich vorgegeben habe. Und dann auch die Gefahr von 5% pro Schuss, dass die Waffe kaputt geht. Und ich habe auch Upgrades eingebaut. Das ist hier oben. Und zwar die Targeting-Matrix. Normalerweise haben die Makro-Cannons ja eine Long-Range-Penalty. Also, weil die über 3000 Units weit weg schießen, kriegen die einen Genauigkeits-Malus. Und den habe ich hier mit dem Skill einfach mal rausgenommen. Das heißt, meine haben diesen Malus nicht. Und ich werde versuchen, wenn ich auf Gegner zufliege, die Makro-Cannon einzusetzen. Und danach eben die... Quatsch die Nova Cannon und danach eben die Makro-Batterien von der Breitseite her. Dann habe ich noch als andere Fähigkeit, das ist einmal die Nova Cannon als Fähigkeit, eine Stasis-Bombe, wo ich die Gegner mit langsamer machen kann, um mir mit der Nova-Kanone zum Beispiel besser ziehen zu können oder auch Bomben dann da hinzuwerfen. Und ich habe einen Micro-Warp-Jump. Das heißt, ich kann das Schiff einmal woanders hinsetzen, sozusagen. Alle drei Minuten. Das ist ziemlich praktisch. Das sind eben hier die Skills, die ich genommen habe. Einen Control-Skill, eben die Stasis-Bomb und einem Maneuver-Skill, den Micro-Warp-Jump. Crew habe ich bisher einen Punkt reingesetzt in Master Gunner. Das sind 75% mehr Crit-Chance auf Lanzen und Makro-Kanonen. Da ich hier einen Haufen Makro-Kanonen dran gebaut habe, macht das Sinn. Dann habe ich noch zwei Light-Cruiser. Einmal die Shield of Gav. Die hat als Bonus, dass ihre Lanzen 50% mehr Schaden an Schilden machen. Die ist quasi einfach dazu da, um Schild wegzunehmen beim Gegner. Die hat auch fast nur Lanzen-Waffen. Die Heavy-Prow-Lance. Und hat dann eben, ja, Light-Double-Makro-Turret obendrauf und Light-Makro-Battery an der Seite. Es geht aber hauptsächlich, wie gesagt, um hier die Lanzen-Waffe, um eben die Schild wegzuburnen damit. Und die hat auch eine Augur-Probe zum Scouten eben. Und mein anderes Schiff, was ich noch habe, ist die Sword of Faith. Auch ein leichter Kreuzer. Die hat eben den Overlord-Generator, womit die Lanzen-Waffe mehr Schaden macht, die hier vorne dran ist. Beziehungsweise eine höhere Crit-Chance oder einen höheren Crit-Bonus-Modifier hat. Und die hat auch noch eine Plasma-Bombe, die ich sehr gerne effektiv zusammen mit der Stasis-Bombe einsetze. Also ich lege den Alarm mit der Stasis-Bombe und dann kriegen sie die Plasma-Bombe um die Ohren. Das sind die Schiffe, die ich mit dran habe. Und ich habe hier noch die Shield of Retribution, die allerdings noch nicht irgendwie aufgewertet ist von mir. Und ja, wir suchen einfach mal nach einer Partie. Momentan geht nur eins gegen eins in der Beta. Es gibt später auch zwei gegen zwei Gefechte. Und man kann eben Alliances gründen oder nicht. Wir suchen mal und gucken, ob wir was finden. Und ich hoffe, dass mir das ganze Ding jetzt nicht abstürzt. Das ist nämlich leider auch schon öfter mal vorgekommen. Also es wäre ein Cruiser-Clash-Battle für 250 Punkte. Ich habe einen Gegner gefunden, der spielt auch Imperium. Jetzt kann ich ihm hier meine Schiffe aussuchen. 250 Punkte. Das heißt, ich könnte natürlich meinen Kreuzer nehmen. Oder ich nehme zwei von meinen kleinen. Wenn ich den nehme, habe ich noch 99 Punkte. Müsste dann eben zwei Fregatten hier nehmen. Also zwei Frigates. Machen wir das einfach mal. Wobei, der Witz... Ich nehme für den Fall tatsächlich, glaube ich, lieber wirklich die leichten Kreuzer mit. Habe ich einfach mehr Schiffe und ich habe die Orgo-Probe. Also ich kann dann einmal scouten. Was nehmen wir noch mit? Die Sword Frigate. Die hat zwei Light Double Makro-Turrets. Und dann readyen wir. Und schau mal. Kann ich jetzt natürlich leider nicht meinen normalen Cruiser zeigen. So, ja. Eigentlich wie ganz normal in der Kampagne auch. Der Aufbau. Jeder stellt erstmal seine Flotte auf. Ich habe jetzt hier zwei Minuten Zeit dafür. Ich habe mich hier, denke ich, hinter diesen Nebel sitzen erstmal. Jetzt sind wir meine beiden Schiffe hier. Meine drei Schiffe hin. Und ready das Ganze. Ich bin mal gespannt, ob ich mich hier auch in den Nebel verstecken kann. Müsste eigentlich ganz gut gehen. Wenn ich Alt gedrückt habe, werden mir übrigens die Reichweiten von diesen Hindernissen hier angezeigt. So, er steht mir genau gegenüber. Er hat auch drei Schiffe, also gehe ich mir davon aus. Wobei, kann ich eigentlich nicht. Er könnte auch einen Cruiser haben und zwei Escort-Ships. Und ich schicke ihm jetzt einfach mal meine Probe entgegen. Ich hoffe, dass er die nicht rechtzeitig sieht. Dass er nicht gesehen hat, dass ich hier direkt mit dem Nebel drin bin. Mal gucken, mit was zu tun haben. Wenn meine Probe dann trifft. Ich hätte die, glaube ich, noch ein bisschen weiter nach links ziehen können. Weil er zum Glück relativ geradeaus fliegt. Also könnte das passen. Da sieht man, wie die Probe eben durch die Gegend schießt. Ich kann jetzt zum Glück auch in den Nebel reingucken. Okay, er hat auf jeden Fall auch zwei leichte Cruiser und einen, äh, eine Frigate. Das heißt, wir sind da ebenbürtig. Dann kann ich mich hier auch raus wagen und ihn angreifen. Ähm, du sollst mal auf drei Kilometer Entfernung angreifen. Und diese beiden total angreifen. Ich habe ihn jetzt natürlich auch aufgedeckt. Das ist auch sein erstes Spiel scheinbar, weil beide Cruiser sind noch Level 1. Was haben die für eine Bewaffnung? Heavy Prolands, Heavy Prolands. Also sind quasi dieselben, die ich habe. Okay, genau das selbe Setup, was ich genommen habe. Aber ich habe halt den Vorteil, dass meine Crew ein wenig gefahren ist und meine Käpt'ns auch schon abgekreatet sind. Deine Orte. Auf Ihrer Kommandung. Schip, bereit! Ich bin mal gespannt, ob er das merkt, dass ich das Ding unten geplant habe. Oh, das ist ja mal eine Plasma-Bombe. Die jetzt erstmal auf jeden Fall seine Schilde wegmachen wird. Ja, er hat das versucht, nur auf Silent Running zu stellen. Das hilft ihm aber nicht mehr. Das ist, beziehungsweise hier ist eine Gas-Claude. Hier gibt es hier noch Lock on Target. Dass ich ihm da den Bonus anspann. Er hat einen Leitungsstrike auf mich geblieben. Initiate Emergency Repairs durchführen. Um das Feuer auszulösen. Oh, sch**t. Nicht hier das Asteroidenfeld. Oh mein Gott. Das ist ziemlich weh. Ja, Admiral. Wir sind die Imperial-Navie. Entstanden? Allerhaut. Ich habe ihn jetzt einfach nur mit meinen Cruisern verfolgt. Ich versuche hier direkt mal, seine Engine zu targeten. Das wäre echt praktisch. Der Leitungsstrike also fehlt. Meiner ist Success-O und er fliegt hier durch das Asteroidenfeld. Das ist nicht um viel. Dafür kann ich schon mal verraten. Das macht so richtig böse Schaden. Helm-Coordinaten ist erkannt. Das ist nicht umgekehrt. Deine Ordnungen? So, jetzt drehe ich mich mal eben und hier kann ich mal mit Emergency Repairs versuchen. Initiate Emergency Repairs. Ja, so ein anderer Cruiser hat sich hier auch schon richtig abbekommen. Ich brauche mal den Engine. Seine Lightning Strikes wieder gefailt. Ja, meiner wieder Success. Und jetzt sind seine Generatoren kaputt. Der hat mich jetzt eigentlich gar nicht getargetet. Ich würde ja eigentlich seinen Engine kaputt machen. Der versucht sich jetzt rauszulegen. Ich kann mich leider nicht daran hindern, weil ich es verkackt habe und keine Lightning Strikes mehr überhaupt. Und sein anderes Schiff flüchtet aber ab. Schnelle Partie. Da habe ich die richtige Entscheidung getroffen. Und er konnte sich nicht großartig dagegen wehren. Er hat sich nicht richtig dagegen gewehrt. Mein Positioning war einfach wesentlich besser. Und er hat den Fehler gemacht, dass er am Anfang weggeboostet hat. War recht praktisch für mich. Da dürfte ich jetzt... Ich habe ein Schiff kaputt gemacht. Ne, ich habe zwei Schiffe kaputt gemacht. Eines davon, Capital Ship, also ein Line Ship. Kriegt man unterschiedlich viele Punkte für. Lass uns mal gucken. Die Abrechnung. Genau, 50 Punkte für meinen Sieg. Zwei Gegnerschiffe zerstört. Kriege ich 43 Punkte für. Ein Punkt, den ich eben nicht genutzt habe, ist der Bonus-Renomen-Punkt. Und Fleet Upkeep ist einfach meine Reparaturkosten, die ich habe. Weil ich natürlich auch Schaden an meinen Schiffen bekommen habe. Und ja, man sieht, die Gefechte sind relativ kurz auf dem Niveau jetzt erstmal. Ich bin aber erst Level 2. Und ich habe bisher, ich glaube, das Maximale, was ich fielden kann, sind 350 Punkte. Also 53 Punkte Schlachten, das war jetzt eine von 250. Das ist natürlich wesentlich höher. Im Tabletop waren es am Ende, ich meine, 2000er Schlachten, wie man schlagen konnte. Und ich meine, in der Beta sind jetzt hier irgendwie 1000 bzw. 1500 Punkt Schlachten dran. Und ja, später, wenn man die Battleships hat und dergleichen, braucht man die eben auch. Da kommt einiges dazu. So, ich habe jetzt hier leider natürlich kein Upgrade verdient. Hier hätte ich halt, also bräuchte ich irgendwie noch 150 Punkte oder so ungefähr, bis ich Level 3 bin. Mit Level 4 kriege ich dann den Battlecruiser-Slot. Ich kann das einmal gerade zeigen, weil die Folge jetzt noch nicht so lang war. Dass ich einmal eben ins Hauptmilieu zurückgehe. Und hier kurz einmal ins Skirmish springen. Da habe ich jetzt hier Level 5, Admiral schon. Und genau, hier habe ich eben Battlecruiser, der unter anderem auch dann Hangarplätze hat. Das heißt, mit dem kann ich Bomber und Fighter und dergleichen starten. Da habe ich jetzt zwei normale Cruiser noch. Und eben drei Lightcruiser. Könnte aber noch einen vierten sogar kaufen. Ich habe momentan keine Renown-Punkte dafür. Und irgendwann später auf den Escort-Chips gibt es hier auch noch Upgrades, die man kaufen kann für die. Wir können gerade einfach kurz nochmal ein kleines Skirmish hinterher schieben. Gucken, was ich bekomme. Also es gibt manche, also es ist im Multiplayer natürlich auch möglich, manche Battles zusammen. Ja, okay. Und es klappt leider nicht.